Auf eine ganz besondere Vorführung dürfen sich die Großeltern der Kinder des Kindergartens Loi freuen. Für den Großelterntag an diesem Freitag haben die Kleinen gemeinsam mit der Mutter Judith Steinleitner einen Bauchtanz einstudiert. Insgesamt zwei Zeitstunden übte sie über vier Wochen mit den 13 Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Neben der Tanzvorführung haben die Kinder für ihre Großeltern auch Kekse und Kuchen gebacken, sowie Deko gebastelt. Untertitelung des ZDF, 2020